In diesem Fall war es wieder laut Atom. Es muss ein Meisterlob mir jetzt gelingen. Daneben drei Zeilen nur zu hören und bleiben. Dann wusste die Sängerin, ich habe erst gesiegt. Ich habe mir gewünscht, ich könnte jetzt was singen, das kann ich ein bisschen vorüben und dann bin ich in meiner gewohnten Entwicklung. Jetzt stehe ich hier nicht ein bisschen nervös, sondern ziemlich nervös, aber sehr glücklich. Das kleine Bauernmädel aus dem kleinen rungarischen Dorf in Dominien steht nun in diesem prachtvollen Raum, wo Geschichte geschrieben wurde. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute doch einiges richtig gemacht habe. Ich habe mir zum Beispiel wasserfeste Schwinke angelegt. Das ist sehr gut, das sage ich jetzt, um ein bisschen eher mich abzulenken. Es gibt einige übersichtige Zahlen. Kleine Hürden, es wurden auch kleine Türen mal zugemacht. Gott sei Dank. Dankeschön. 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 Danke für das Wort. Sie haben es geschafft und haben nicht die wasserfeste Schminke gebraucht. Ich glaube, die Fähigkeiten, die Sie uns geschenkt haben, Ihnen das Österreichische Ehrkreuz für Wissenschaft und Kunst zu verleihen. Vielen herzlichen Dank. Applaus Applaus Applaus